Den Startseitenbildschirm auf dem Samsung Galaxy S7 personalisieren Das Samsung Galaxy S7 verfügt über mehrere Startseitenbildschirme, die Sie zum Beispiel durch Wischen über das Display oder mithilfe der Navigationssymbole am unteren Bildschirmrand erreichen. Auf dem linken Startseitenbildschirm finden Sie die personalisierbare Nachrichten-App Update. Um Ihre Seiten zu verwalten, bewegen Sie entweder zwei Finger auf Ihrem Touchscreen aufeinander zu oder Sie berühren und halten kurz eine leere Stelle Ihres Displays. Jetzt können Sie die bereits angelegten Startseiten betrachten und neue Seiten hinzufügen. Bestehende Startseiten lassen sich an eine andere Stelle verschieben oder in den Papierkorb, um sie zu entfernen. Um Update aus den Startseiten zu entfernen, deaktivieren Sie die Funktion mithilfe des Schiebereglers. In den Hintergrundeinstellungen legen Sie für den Startbildschirm, den Sperrbildschirm oder für beide zusammen ein neues Hintergrundbild fest. Wählen Sie dazu das passende Motiv aus. Entweder aus Ihrer persönlichen Galerie oder aus den voreingestellten Hintergrundbildern. Sie können auch das Oberflächendesign Ihrer Startseitenbildschirme verändern. Besuchen Sie hierzu den Theme Store. Wenn Sie in der Einstellungen-App die Anzeigeeinstellungen aufrufen, können Sie außerdem die Darstellung der App-Symbole anpassen, indem Sie zum Beispiel einen abgedunkelten Symbolhintergrund auswählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017